Heute was Besonderes. Früh im Jahr, etwa hier der 8. bis zum 15. März, erscheinen bei uns regelmäßig diese Großpilze. Ja, die Pilzsammler unter euch erahnen, dass was das ist. Was wächst im März? Ist groß, grau, hat einen Riesenhut und ist ein großer Mykorrhiza-Pilz. Die Auswahl ist begrenzt. Es gibt genau einen, nämlich den. Der Märzzellerling oder eben auch der Märzschneckling. Und das ist natürlich einer der frühesten Pilze. Man nennt ihn auch Winterpilz im Jahr und ein faszinierender Borsche. Und den gucken wir uns heute mal ein bisschen näher an. Und wir haben hier eine Stelle gefunden, da waren die Fürste am Werk. Die bleiben hier alle stehen. Und die haben den Waldteil so verwüstet, dass diese Märzzellerlingsnester so zerstört wurden, dass ich auch mal ein paar rausnehmen kann. Zeigen, die sind nicht mehr mit dem Mütze hier verbunden. Die sind groß ausgewachsen, mal wunderschön zu sehen. Auch die Lamellen und eben auch diese Farben, auch diese schwarzen Übergänge vom Stiel zum Hut. Ich lasse dich hier stehen und zeige es euch an einem Exemplar, der schon durch die Waldarbeiten sozusagen entfernt wurde. Denn die stehen unter absolutem Sammelverbot in dem Bundesartenschutzgesetz und sind auf der roten Liste. Und in Deutschland bleibt die im Wald. In der Schweiz kann man die sammeln. Die sind natürlich marktfähig in der Schweiz oder auch einem Speisepilz auf der Positivliste der DGFM. Aber hier bleiben die Borschen im Wald. Typisch ist auch das. Die wachsen natürlich gern dort, wo es ein bisschen so bezuckert ist, mit meistens Tannennadeln, seltener Fichten. Im Fichtentannen-Bisschen-Laub-Mischwald. Und da gern auf der Nordseite, wo es dunkel ist, wo es kalt ist, wo es schattig ist. Nun heißt nicht umsonst Winterpilz. Kein Pilz in dieser Größe erscheint so früh im Jahr. Und das macht ihn faktisch unverwechselbar. Der ist noch klein, der kann noch auswachsen. Das wird er hier auch tun. Und hier sieht man dann immer mehr. Schaut mal da hinten. Und da sieht man auch, was ganz charakteristisch ist. Die Pilze werden von Hasen verbreitet und gefressen. Das ist interessant, nicht? Also sieht man oft auch angenagt, auch hier. Und die Hasen graben die teilweise aus. Und dann bilden sich so Krater, die sich so einsenken. Hier, da wächst einer normal an einem Baum aus dem Boden. Ich zeige gleich mal diese Nester, diese Krater. Denn oft stehen die in Gruppen zusammen. Oder eben auch in größeren Mengen, in losen Ansammlungen. In einem oft umschriebenen Bereich. Also oft hier so 100 mal 200 Meter. Und da wachsen da ganz, ganz viele. Teilweise wirklich eimerweise herum. Was man hier wirklich gut sehen kann, ist eben hier der Huthaut. Oder die Hudoberfläche. Und der ist zwar ein Schneckling. Der kann ein bisschen klebrig sein. Aber man sieht auch schön, dass der Hut so radialstreifig ist. Der kann eben am Rand wellig gebogen sein, wenn er größer ist. Bei den Exemplaren kann man das hier ganz gut erahnen. Aber ihr seht schon, wie schwer die zu erkennen sind. Und die Huthaut zum Fleisch kann auch etwas durchscheinend aussehen. Und hier kann man das nochmal ganz gut sehen. Also die Lamellen auch, die eben später etwas grau sein können. Anfangs weiß. Und dann haben wir eben auch die Lamellen, die bei Druck nicht verfärben. Und die können angewachsen sein, fast herablaufend wirken. Immer oder häufig gegabelt. Und haben sehr, sehr große Zwischenlamellen. Und hier kann man das sehen. Die wachsen wirklich in Gruppen. Das sind drei, vier untereinander. Wenn man sie herausnehmen würde, werden wahrscheinlich noch mehr dahinter von diesen Pilzen. Ja, die Spornpulverfarbe ist weiß. Wer das mal machen möchte. Also wir haben in der Tat jetzt das nochmal ausprobiert. Von denen, die hier ohnehin schon lose waren. Und da kann man das bestätigen. Der Stiel ist, wie gesagt, so grau-weiß. Die Spitze ist grau. Bisschen leicht schuppig. Und so richtig fest dickfleischig. Oft auch richtig knollig und dick. Also da ist richtig Materie da. Und die sind richtig fest und kräftige Pilze. Ja, Geruch ist mild. Der Geschmack wäre mild. Geschmacksprobe im Wald. Ihr wisst, verbietet sich für alle, die sich damit nicht auskennen. Und die Pilze wollen wir nicht beschädigen. Und hier sieht man schön auch diese Gruben, diese Eindellungen. Die sind zum einen entstanden, bei der Wald hier natürlich durch Harvester zerfurcht wurde. Schaut mal das Sammelvideo. Da zeige ich euch das. Beziehungsweise das Video, wo wir sie entdeckt haben. Nicht, wo wir Fichtenzapfen, Rüblinge gesammelt haben. Aber hier so eine ganz typische Erscheinung. Und ihr seht, das ist noch früh im Jahr. Die sind noch klein. Und die erscheinen in diesen ausgewachsenen Fichten, Tannenmischwäldern sozusagen, so drei Wochen früher, als wenn man dann in die jüngeren Bestände schaut. Ihr braucht gar nicht suchen, da wo richtig Büsche stehen. Da wo Unterwuchs ist, Gras, ähnliches. Mögen die nicht. Also da findet man die in der Regel wie hier wirklich an diesen freien Flächen. Und zumal sind sie wirklich auch schwer zu erkennen. Ja, ich habe schon was zur Seltenheit gesagt, zum Mischwald. Den basischen Boden müssen wir erwähnen. Oder den Ton, den lehmhaltigen Boden. Der ist auch hier unten drunter. Sobald man hier nochmal zwei, drei Zentimeter die Erde weg macht, sieht man das sofort. Schnecklinge ist klar. Verwechslungsgefahr. Wenn ihr die Mitte, Anfang März sammelt, da wächst da nichts anderes. Aber es ist natürlich möglich, dass sie auch später im Jahr erscheinen oder früher. Und es gibt natürlich Pilze, die so sehr ähnlich aussehen. Die seien jetzt der Form halber hier erwähnt. Risspilzartige Schnecklinge. Nicht, da wäre ein weißer Lamellenübergang zum Stiel. Der große Kiefern-Schneckling, ja, aber eher im Herbst. Und der natternstielige Schneckling auch im Herbst. Und hier sieht man das Habitat nochmal ganz schön. Also so ein richtiger, feuchter, zerfurchter Harvesterweg an diesem Hang, der da frei liegt. Und da ist oben gleich der Waldrand mit dem Feld. Und da kommen die Hasen rein. Und da kann man das ganz häufig sehen, dass die angefuttert sind, ausgegraben. Und dann gibt es noch eine andere Besonderheit von diesen Schnecklingen. Die bleiben manche Jahre aus. Und das passiert, weil die einfach im Boden stecken bleiben. Die wachsen also wirklich in 5 bis 15 Zentimetern Tiefe, schon teilweise vollentwickelt, entwickeln sich auch im Boden voll. Und kommen dann an die Oberfläche und brechen da so durch. Ähnlich wie das Täublinge tun. Also da ist es oft so, wenn es da nochmal richtig Frost gibt, bleiben die im Boden, erfrieren, frieren ein, vergehen im Boden, kommen gar nicht zur Oberfläche raus. Und da denkt man, sie sind nicht da. Wenn sie denn aber draußen sind, kommen sie auch gern wieder. Also es ist wirklich so, dass die jetzt in Schüben dann wachsen und nach 2, 3 Wochen an denselben Stellen immer wieder auftauchen. Sie sind immer in Gruppen und wie so Nestern angelegt. Das erinnert wirklich an Ostern. Man kann es nicht anders sagen. Und wenn die so klein sind, dann haben die dann richtig solche Puckel. Und man muss halt schon ein bisschen schauen, nach was man da sucht. Also die Großen sind oft abgefressen. Wie gesagt, oft von Hasen oder auch anderen Tieren, die sich freuen, wie Schnecken. Sondern wenn die noch so klein sind, dass man sie überhaupt zeigen kann, dann sieht man oft nur so Dellen und erhabene Beulen. Ich mache dann gern hier ein bisschen die Nadelstreu weg. Und da kann man dann die so schön zeigen. Ein wunderschöner Pilz und richtig interessant. Also wie gesagt, die wachsen manchmal sogar im oder unterm Schnee. Heißen deswegen auch Schneepilz. Und es kann durchaus sein, dass die dann eben nicht durchbrechen. Und man denkt dann immer, sie bleiben aus. Tun sie aber nicht. Es gibt Exemplare, richtig große. Die können durchaus auch mal 400 Gramm wiegen. Die sind wirklich wuchtig und riesig. Und man glaubt gar nicht, wenn die wirklich aus dem Boden komplett kommen, was das für ein Riesenpilz ist. Und oft sind die dann auch noch büschelig zusammengewachsen. Und wenn es in dieser Zeit, wenn die eben wachsen, stark regnet oder recht feucht ist, dann ist es eben so, dass diese Fruchtkörper dieser Pilze einbrechen, ja eigentlich fast verfaulen. Also so richtig nasses Wetter mögen sie auch nicht. Und das ist eben wirklich hier eine Besonderheit, dieser ergiebige, stets wiederkehrende Pilz im Wald. Hier schauen wir uns mal ein Exemplar an, was wie gesagt von den Fürstern, beziehungsweise Waldarbeitern, die hier da hinten den ganzen Wald gefällt haben, muss man leider sagen, hier rausgenommen wurde, rausgetreten wurde, die sind einfach drüber gelaufen und gefahren. Und hier kann man wirklich schön sehen, die Ansätze hier dieser stets gegabelten Lamellen, wenn auch noch klein, den eingebogenen, fast radialfaserig erscheinenden oder so ein bisschen auch aussehenden Huthaut, die grauen Farben, ein bisschen Huskys oder Ähnliches erinnert so. Und dann eben auch hier die wuchtigen, kräftigen Pilze, die hier noch klein sind. Die anderen bleiben einfach da, wo sie sind. Die zeige ich hier nur einfach der Schönheit halber. Die wachsen natürlich aus, werden groß und die bestimmen wir nochmal im Wald, die jetzt ohnehin schon lose waren. Und dann werden wir die Chance nutzen und siedeln die natürlich wieder am nächsten Baum an. Die sollen aussporen, nicht? Die stellen wir wieder an eine geeignete Stelle in den Wald zurück. Also das ist wirklich mal ein bemerkenswerter Pilz. Und hier kann man ganz gut sehen, im Tannen-Fichten-Mischwald, gar nicht so selten, wenn man immer mal ein bisschen die Augen aufhält. Aber man muss wirklich wissen, nach was man sucht. Die stehen den Morcheln in ihrer Tarnung, finde ich, in nichts nach. Also ich habe wirklich nur die Stellen gesehen, die hier so zerstört waren, die ich hier gerade so zeige, abgefressen und völlig, ja, wie man hier sehen kann, so auseinandergerissen. Und da, wenn man näher schaut, sieht man dann diese Stellen. Also wo man wirklich sieht, der war auch schon lose. Da fällt einfach raus. Und wenn man da ein bisschen näher guckt, sieht man dann die anderen, die ich da gezeigt habe. Was für ein Bild, was für eine schöne Gelegenheit. Hier sieht man auch noch mal den lehmigen Boden, schön am Stiel, nicht? Der richtig hell ist. Und da kann man wirklich mal die Pilze zeigen. Da geht den Pilzsammlern einfach mal das Herz auf. Eine seltene Schönheit hier in diesem Wald. Ich hoffe, er hat eine Zukunft. Und hier kann man leider sehen, naja, die Pilze, denen wurde ein bisschen übel mitgespielt. Aber auch neu gewachsene Gruppen sieht man ganz gut. Also genießen wir diese seltenen, diese schönen Anblicke, dieser Gruben von Hasen gegraben, wo im nächsten Jahr die Pilze raus wachsen. Das sieht es fast so aus, wenn die ihn so senken stehen. Absolut fasziniert. Genießt einfach mal den Frühling. Geht raus. Schreibt mir, was ihr so seht, was ihr so findet. Habt ihr die Burschen schon mal gesehen? Schaut mal nach ihnen. Oft war man ja einfach nur nicht suchen. Und damit möchte ich mich verabschieden. Vielleicht mit einem kleinen und speziellen Video. Aber ich denke, vielleicht macht es dem einen oder anderen Spaß. Dann lasst uns einen Daumen hoch da. Ein Abo des Kanals. Ihr könnt 120 solcher Videos mal finden, wo Pilze erklärt werden, bestimmt werden. Du nebst hunderten von Touren-Videos, die eben das auch zeigen. Nur hier, wie gesagt, der Pilz, der bleibt hier. Und zwar zum Vermehren. Habt Spaß. Geht raus. Bis bald im Wald.